Wo der Abstand von 1,50 m trotz räumlicher und zeitlicher Entzerrung nicht eingehalten werden kann, spielen auch die einfachen Mund-Nase-Schütze eine Rolle. Diese können Sie unter Anleitung auch im Internet selbst herstellen. Sie sind deswegen wichtig, weil man gelernt hat, dass am Anfang einer Infektion, wo man selbst noch keine Symptome der Erkrankung wie Fieber, Husten oder Atemnot aufweist, man trotzdem für Dritte, für Gesunde schon ansteckend sein kann. Wichtig bei der Verwendung des einfachen Mund-Nasen-Schutzes ist der korrekte Sitz des Schutzes und die korrekte Handhabung. Dabei ist zu beachten, dass man nach Möglichkeit nicht die Innen- und Außenseite des Schutzes kontaminiert. Als erstes wasche ich mir wie immer in diesen Zeiten intensiv die Hände. Bei mir wäre es so, dass ich die Brille sinnvollerweise absetzen würde und jetzt versuchen würde, diesen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Dabei achte ich darauf, dass ich nicht auf die Innenseite der Maske fasse. Lege mir die so über, dass der Sitz korrekt ist. Dabei können die Bänder durchaus überlappen, damit ich einen sicheren Schutz unten und an der Nase durch die Bügel stattfinden lasse. Wenn ich die Maske dann längere Zeit trage, ist es natürlich wichtig, nicht immer wieder auf diese Maske oder generell ins Gesicht zu fassen und weiterhin die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Zum Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes ist es wichtig, dabei weder das Gesicht selbst noch die Innenseite des Schutzes zu kontaminieren. Am besten greife ich mit der einen Hand die beiden Gummibänder und mit der anderen Hand die Mund-Nasen-Schutz selbst, um so unter Spannung eine Kontamination zu verhindern. Einerseits will ich verhindern, dass ein durchfeuchteter Mund-Nasen-Schutz Schimmel entwickelt. Auf der anderen Seite will ich verhindern, dass durch diesen lagernden Mund-Nasen-Schutz weitere Personen infiziert werden. Ich persönlich würde zum Trocknen den Mund-Nasen-Schutz zunächst in einen luftdurchlässigen Beutel packen, um ihn erneut wiederverwenden zu können. Wenn ich den Mund-Nasen-Schutz nicht am selben Tag wiederverwenden möchte, kann ich ihn am besten in einen luftdichten Beutel packen, um ihn zu Hause entweder bei 60 Grad zu waschen oder kurz auszukochen. Wenn Sie das Dienstgebäude betreten und mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist sind, macht es durchaus Sinn, die Viruslast zu reduzieren, indem Sie am Anfang Desinfektionsmittel benutzen. Dazu sollten Sie den Desinfektionsmittelspender selbstverständlich nicht mit den Händen anfassen. Das Desinfektionsmittel intensiv verreiben, dabei auch auf die Bereiche zwischen den Fingern achten und anschließend die Hände an der Luft trocknen lassen. Bleiben wir also zuversichtlich, aber auch achtsam und am allerbesten natürlich gesund. Bleiben Sie gesund! Bleiben Sie gesund!